Ich begrüße euch zu meinem zweiten Politomat-Video. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um die politischen Ereignisse aus Februar 2021. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Über einen Daumen hoch dieses Videos würde ich mich sehr freuen. Der Monat begann mit einem heftigen Wintereinbruch. Blitzeis und Schneemassen führten zu Verkehrschaos und Unfällen, dazu Hochwasser in vielen Gebieten. Bei Temperaturen von minus 23 Grad schied die Ernterwärmung durch den Klimawandel weit weg. Offensichtlich reguliert sich die Natur, wie auch in den letzten Jahrmillionen, wieder selber. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump wurde beim Amtserhebungsverfahren berechtigt freigesprochen. Das Verfahren konnte nicht mehr dazu dienen, ihn abzusetzen, da er nicht mehr im Amt war, sondern stellte den Versuch der politischen Manipulation durch die Demokraten, um eine erneute Kandidatur 2024 zu verhindern. Die Republikaner diskutieren aufgrund dieses Versuches ein Amtserhebungsverfahren gegen Kamelia Harris. Sie würde, sobald Biden in vermutlich zwei Jahren aus Altersgründen zurücktritt, zur US-Präsidentin, ohne gewählt worden zu sein. Die Runde von Kanzlerin Merkel und dem Ministerpräsidenten haben den Lockdown weiter fortgesetzt. Dieses, obwohl die Infektionszahlen sinkend sind. Das Schreckgespenst der Mutation steht im Raum, um ohne näheres Wissen, einfach nach Gutdünken, die Bevölkerung weiter wegzusperren. Die alleinige Öffnung der Friseure ist zwar schön für diese und für alle, die sich ihre Haare stylen lassen wollen, aber nicht nachvollziehbar, wieso nicht auch Gastronomien und andere Dienstleistungen und Einzelhandelsgeschäfte geöffnet wurden. Der Rückhalt in der Gesellschaft lässt nach. Die Unfähigkeit der EU wurde wieder mal deutlich. So wie in der EU in den letzten Jahren zuvor bei der Sicherung der Außengrenzen im Rahmen der Flüchtlingskrise und bei der Abschaffung der Zeitumstelle versagt wurde, zeigt sich nun auch bei wirtschaftlichen Verhandlungen ihre Inkompetenz. Anstelle zu zeigen, dass es einen Vorteil haben könnte, als EU im Namen von 26 Mitgliedstaaten am Verhandlungstisch zu sitzen, ist selbst die Beschaffung von ausreichend vielen Impfstoffen außerhalb der Fähigkeit der EU. Hier wäre die nationale Anstrengung vorteilhaft gewesen, anstelle sich auf die EU zu verlassen. Vor allem, weil das Gros der Impfstoffe aus Deutschland kommt und hier produziert wird. An Wahlkampfständen der AfD für die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg kam es wieder zu massiven Angriffen durch die Terroristen der Antifa. Mitglieder und Funktionsträger wurden verletzt und der Sachschaden durch Zerstörungen von Wahlkampfmaterial ist wieder enorm. Dieses staatlich finanziert. Es ist Zeit, dass diesen Terroristen das Handwerk gelegt wird. Es hat nicht lange gedauert. Kaum ist Joe Biden Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, schon wird über militärische Einsätze diskutiert. Die Friedenszeiten unter Donald Trump sind wohl vorbei und Biden setzt die Kriegstreiberei der USA fort. Die Partei Die Linke hat auf einem digitalen Parteitag neue Vorsitzende gewählt. Diesmal eine rein weibliche Doppelspitze. Wenn durch die parteiinterne Briefwahl die Wahl bestätigt wird, sind die neuen Parteivorsitzenden der Linken Susanne Henning-Welsow und Janine Wissler. Ich hoffe, euch hat das neue Video gefallen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Bitte gebt mir, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben und teilt es mit euren Freunden und Bekannten. Euer Jörg Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017